Herzlich Willkommen, mein Name ist Jan Anand. In diesem Video geht es um das Thema Apfelessig. Ich hoffe es wird dein letztes Video sein zu dem Thema Apfelessig, weil du wirst schon oft etwas davon gehört haben. Viele Zeitungen haben darüber berichtet, dass Apfelessig sehr gut für uns Menschen ist. Ich bin kein Wissenschaftler, das können dir wahrscheinlich andere Menschen besser erklären. Dieses Video soll auch gar nicht so viel darum gehen, was für eine positive Wirkung der Apfelessig für uns hat, sondern eher wie du es schaffst, ihn regelmäßig in dein Leben einzubauen. Denn aus meiner Sicht bringt es dir nichts, wenn du weißt, was der Apfelessig für deinen Stoffwechsel bringt, was der Apfelessig deiner Haut bringt, deiner Darmgesundheit, alles diese Punkte. Wenn du es nicht tust, du kannst hier, ich packe dir mal ein paar Studien rein, da kannst du dich selbst einlesen, die sehr sehr einfach erklären, was für eine Wirkung der Apfelessig hat. Ganz grob gesagt, du kannst mit Apfelessig nichts falsch machen, wenn du ein paar Punkte einfach beachtest. Beispielsweise würde ich aus meiner Sicht immer Apfelessig verdünnt trinken. Ich trinke beispielsweise Apfelessig jeden Morgen 300 Milliliter lauwarmes Wasser mit zwei Essiglöffel Apfelessig und am Abend auch noch. Das reicht, mehr ist es nicht. Du musst es nicht komplizierter machen, als das Ganze ist, sondern einfach halten. Ich habe mir viele, viele Erfahrungsberichte gelesen. Ich habe viele Erfahrungsberichte über den Apfelessig gelesen, beispielsweise auch, dass es unseren Stoffwechsel ankurbelt. Viele Menschen verlieren durch den Apfelessig sehr sehr viel Gewicht, also sehr viel Fett, können aber auch sehr sehr gut ihr Gewicht halten. Es ist eine sehr sehr einfache Gewohnheit Apfelessig. Es dauert vielleicht maximal zehn Sekunden und es hat so viele Benefits. Deswegen möchte ich mich, wie gesagt, nicht zu sehr jetzt auf die Vorteile konzentriert, denn die sind einfach faktisch bewiesen, dass der Apfelessig dir gut tut. Was viel viel wichtiger ist, dass du es, wie gesagt, täglich tust. Es bringt nichts, dass du es vielleicht eine Woche wieder machst, dann vergisst du es wieder, weil es eben keine Gewohnheit geworden ist und dann kommst du wieder nach einem Jahr auf das Thema, weil dir eine Freundin erzählt, dass Apfelessig doch so toll sein soll. Deswegen, was kannst du also tun? Aus meiner Sicht, gerade am Morgen, das ist eine tolle Sache, weil du den Apfelessig super super einfach als Gewohnheit integrieren kannst. Du stehst auf und das Aufstehen ist ein Impuls, dass du die erste Sache, die du tust, ist, dass du erstmal Wasser trinkst. Solltest du sowieso tun, das ist unfassbar gut, dass du nach acht Stunden Schlaf erstmal etwas trinkst. Und dann pack doch einfach nur zwei Esslöffel Apfelessig oder wenn hier vielleicht auch dieses mit Esslöffel zu dosieren zu anstrengend ist, kleiner Schuss, passt schon, mache ich auch so. Also ich mache auch jetzt nicht zwei Esslöffel und hole jedes Mal einen Löffel raus, wäre mir vielleicht auch schon wieder zu anstrengend, die Gewohnheit zu tun. Aber wie gesagt, geh einfach her, Glas Wasser auffüllen und dann den Apfelessig reinmachen, trinken. Und dann muss es natürlich auch eine Belohnung geben, das ist auch ganz wichtig, dass diese Gewohnheit bestehen bleibt, dass du dich einfach nur, dass du in dir dieses Gefühl hast, dass du für deine Gesundheit etwas Gutes getan hast. Das kann schon reichen als Belohnung. Du kannst dir auch noch andere Sachen ausdenken. Für mich stellt sich immer manchmal die Frage, was eine Belohnung so wirklich am Morgen angebracht ist. Also es bringt jetzt nichts, dass du dir als Belohnung eine Süßigkeit oder so reinhaust. Deswegen einfach so dieses innere Gefühl, glücklich sein, du hast etwas für deine Gesundheit getan, kann schon sehr viel auslösen, dass du dich jedes Morgen, dass du dich jeden Morgen auf diese Gewohnheit auch freust. Das ist ganz wichtig. Was kannst du jetzt eben auch noch am Abend machen? Da würde ich auch wieder als ein, ja, du musst auch wieder verstehen, eine Gewohnheit braucht immer ein Stichwort. Also sie muss durch irgendwas ausgelöst werden. Und das kann beispielsweise sein, dass wenn du deine letzte Mahlzeit nimmst, davor 15 Minuten, auch wieder ein Glas Wasser mit Apfelessig trinkst. Davor, 15 Minuten davor. Und dann auch eben als Belohnung kannst du dir, jetzt, ich mache jetzt mal einfach ein Beispiel, du musst für dich selbst suchen, was für Belohnungen sinnvoll sind. Aber als eine Belohnung, dass ich 10 Minuten am Abend spazieren gehe. Deswegen ist auch wieder, ja, Auslöser eben das Abendessen. Die Routine ist, dass du den Apfelessig trinkst und die Belohnung ist, dass du spazieren gehst. Theoretisch eigentlich sollte die Belohnung direkt nach der Gewohnheit passieren. Also eigentlich ist dieses Spazieren nach dem Abendessen auch wieder nicht so vorteilhaft. Aber Spazieren nach dem Essen ist eh eine wunderbare Sache, um deinen Stoffwechsel wieder anzukurbeln. Aber ich hoffe, dir hat dieses Video einfach geholfen, dass das Wichtigste ist, gerade bei Gesundheitsthemen, ist nicht, dass du hundert Prozent verstehst, wie jetzt ungefähr der Apfelessig funktioniert, wie es jetzt eben wissenschaftlich dein Stoffwechsel, ob es jetzt eben den Insulinwert runterzieht oder sonst was. Es ist wichtig, in die Research zu gehen, einfach zu verstehen, okay, Apfelessig tut mir gut. Das ist die faktische Lage. Und dann ist auszuprobieren. Aber viel wichtiger ist eben, die Gewohnheit zu integrieren. Und das schaffst du eben, dass du einen Trigger hast, die Routine auswählst, also die dann tust und dann auch eine Belohnung hast. Wenn du diese Schritte machst und dann machst du einfach mal bei Apfelessig, es ist eine einfache Gewohnheit, die kann schon nach 30 Tagen so sein, dass du jeden Morgen es automatisch machst. So mache ich es jetzt beispielsweise. Ich gehe morgens auf und das Erste, was ich tue, ist eben mit meinem Körper Wasser zu spenden. Nach acht Stunden Schlaf kein Getränke. Dem Körper fehlt einfach Wasser. Und da habe ich dann einfach gesagt, gut, dann packe ich jetzt einfach hier nochmal zwei Esslöffel Apfelessig rein. Hier kannst du auch noch darauf achten, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, dass du es auch nicht roh, also nur den Apfelessig, ist auch zu viel Säure, also immer verdünnen. Und was man auch noch sagen kann, dass du naturtrüben Apfelessig verwenden solltest und bio. Aber Apfelessig ist einfach sehr, sehr günstig. Also du kannst hier, es ist jetzt keine Werbung, kannst bei Rossmann dir schon einen bio-naturtrüben Apfelessig holen, eine ganze Flasche, das hält, ein Jahr kostet 1,50 Euro und das kannst du für deine Gesundheit tun. Und was mir immer ganz gut gefällt, das möchte ich dir jetzt noch mit auf den Weg geben, dass du dir einfach mal vorstellst, dein zweites Ich, wenn es in einem anderen Universum gelebt hätte und dann 20 Jahre lang einfach diese Gewohnheit getan hätte. Was wären das jetzt für Veränderungen mit deinem jetzigen Ich und du hast es vielleicht jetzt noch nicht so durchgezogen, dann können es krasse Unterschiede sein nach 20 Jahren. Die kann 10 Kilogramm weniger wiegen, kann sich besser fühlen, bessere Haut, erfolgreicher im Leben durch diese kleine Gewohnheit und deswegen sind Gewohnheiten so toll und bei Apfelessig finde ich, das sollte jeder tun. Die Faktenlage ist einfach so prägnant, dass Apfelessig einem gut tut, wieso sollte man es nicht tun? Und der Knackpunkt ist, wie gesagt, immer nur zu sehen, dass sich immer wieder, dass die Leute es nicht schaffen, das als Gewohnheit einzubauen. Du kannst jetzt auch noch mal in die Videobeschreibung gehen, schreib mir auch mal ein paar Kommentare, was deine Erfahrungen sind, vielleicht motivierst du auch andere Leute damit, vielleicht sagst du, ey, ich habe Apfelessig schon fünf Jahre gemacht und konnte damit sieben Kilo abnehmen. Gehe aber in die Infobeschreibung, dort findest du einen Link, dort konntest du auch in meine kostenlose Gewohnheitscommunity reingehen. Also dort lernst du kostenlos, wie du Gewohnheiten in deinem Leben implementierst und beim Apfelessig fängt es die ganze Reise an. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Punkte, wie du durch Systeme dein Leben positiv beeinflussen kannst. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Folgt mir gerne, like das Video, bis zum nächsten Mal, dein Jan.